Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Nico Rittenau und im heutigen Video besprechen wir all die wichtigen Details rund um das Thema der optimalen Eisenversorgung im Rahmen der veganen Ernährung. Eisen ist ein essentieller Nährstoff und ist unter anderem beteiligt am Sauerstofftransport im Organismus, ist aber auch essentiell für die Immun- und Gehirnfunktionen. Die Symptome für einen Eisenmangel sind vielfältig. Unter anderem wissen wir, dass eine Unterversorgung mit Eisen zu einer herabgesetzten Leistungsfähigkeit führt, zu vermehrter Abgeschlagenheit, zu einem geschwächten Immunsystem und außerdem zu Einschränkungen in den kognitiven Fähigkeiten. Wie die WHO betont, ist dabei ein Eisenmangel eine der wenigen Mangelzustände, die auch westliche Nationen in großem Maße betreffen und dabei sind es vor allem drei Kernzielgruppen, die eine höhere Gefahr haben, einen Eisenmangel zu bekommen. Das sind zum einen Kleinkinder, zum anderen schwangere Frauen und die Gruppe Nummer drei sind die nicht schwangeren prämenopausalen Frauen und alle drei Gruppen sollten in besonderem Maße auf ihre Eisenversorgung achten. Bei den bis unter fünfjährigen Kleinkindern sind das ganze 14 Prozent, die einen Eisenmangel in westlichen Ländern haben. Bei den nicht schwangeren Frauen von 15 bis 49 sind es sogar ganze 18 Prozent und unter den 15 bis 49 jährigen schwangeren Frauen sind es sogar ganze 24 Prozent. Die benötigte Eisenmenge ist dabei zum einen vom Alter und zum anderen vom Geschlecht abhängig. Frauen haben aufgrund ihrer menstrualen Blutung mehr Eisenbedarf als Männer. Heißt im Umkehrschluss aber auch, dass postmenopausale Frauen nach der Menopause die gleichen Eisenbedürfnisse haben wie gleichaltrige Männer. Wie die Tabelle zeigt, sollten erwachsene Männer 10 Milligramm Eisen pro Tag zuführen und erwachsene Frauen vor der Menopause 15 Milligramm Eisen. In der Schwangerschaft verdoppelt sich der Eisenbedarf und daher sollten schwangere Frauen doppelt so viel Eisen zuführen als nicht schwangere Frauen. Und besonders während der Schwangerschaft ist eine ausreichende Eisenversorgung von größter Bedeutung, da dadurch auch die Eisenspeicher des ungeborenen Kindes festgelegt werden. Dadurch stellt sich natürlich auch die Frage, ob Frauen während der Schwangerschaft Eisen supplementieren müssen oder ob man alleine über die Nahrung die stark erhöhte Eisenzufuhr sicherstellen kann. Und es gibt hier keinen internationalen Konsens von den unterschiedlichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen und den Fachgesellschaften. Wir sehen generell die Tendenz in früheren Veröffentlichungen, dass wesentlich häufiger zu einer präventiven Supplementierung geraten wurde. Heute sehen wir in neueren Veröffentlichungen eher, dass erst bei einem manifesten Eisenmangel wirklich zu einer Supplementierung geraten wird, weil man weiß, dass eine Überversorgung auch mit negativen Effekten einhergehen kann. Dass eine präventive Supplementierung bei allen Frauen nicht zwingend notwendig ist, zeigt auch eine aktuellere Veröffentlichung mit einer Zusammenfassung aus 60 Studien mit über 40.000 Frauen, die gezeigt hat, dass eine Eisensupplementierung während der Schwangerschaft nicht zwangsweise mit Vorteilen einhergeht. Die Untersuchung zeigte nämlich, dass Frauen, die eine adäquate Eisensufuhr alleine über die Nahrung sicherstellen können, nicht von einer zusätzlichen Supplementierung profitieren. Im Vergleich zur Gruppe ohne Supplemente konnte in der Gruppe mit den Eisensupplementen keine signifikante Verbesserung in Bezug auf einige wichtige Gesundheitsparameter festgestellt werden. Dazu zählte unter anderem die Infektionsrate, die Rate an Frühgeburten und das Geburtsgewicht. Wenn Kontrolluntersuchungen während der Schwangerschaft Eisenmängel aufzeigen, dann ist natürlich eine Supplementierung angesagt, aber die routinemäßige präventive Supplementierung von Eisen während der Schwangerschaft ist nach heutigem Kennenstand nicht mehr zu rechtfertigen. Wenn man Eisen während der Schwangerschaft zuführt, dann zeigen hier die Daten, dass nicht mehr als 30 Milligramm Eisen gegeben werden sollten, wobei selbst sehr pro eingestellte Untersuchungen eher eine Empfehlung von 20 Milligramm pro Tag während der Schwangerschaft abgeben. Für präminopausale Frauen, die nicht schwanger sind, gilt die Empfehlung von maximal 6 Milligramm Eisen-Supplementierung pro Tag und alle anderen Gruppen, die nicht schwanger sind, nicht stehlen oder keine präminopausalen Frauen sind, sollten gar nicht supplementieren, wie es unter anderem auch das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt. Wenn man Eisen-Supplemente einnimmt, dann sollte man die nicht auf leeren Magen einnehmen, sondern sollte sie zu einer Mahlzeit einnehmen. Wenn das Kind keine Frühgeburt ist und die Mutter während der Schwangerschaft genügend Eisen zugeführt hat, dann reichen die in der Schwangerschaft gebildeten Eisenspeicher des Säuglings vollkommen aus, damit der Säugling über die ersten Lebensmonate kommen kann. Denn die Muttermilch sind nicht wahnsinnig reich an Eisen, man muss aber dennoch während der ersten Monate des Vollstehens keine zusätzliche Eisensufuhr gewährleisten, weil eben, wie gesagt, hier die Speicher bereits reichen. Diese Speicher sind auch der Grund, warum wir diese auffällig niedrigen Zufuhrempfehlungen an Eisen während der ersten Lebensmonate sehen. Das liegt einfach daran, dass wir hier keinen Bedarf haben, allzu viel Eisen zuzuführen, weil die Eisenspeicher des Kindes während der Schwangerschaft ausreichend gebildet wurden. Zusätzliches Nahrungseisen benötigt das Kleinkind erst dann ab dem sechsten Monat, wenn die Beikost einen relevanten Anteil der Nahrungskalorien in der Ernährung ausmacht. Während der Stillzeit wird empfohlen, dass eine Frau 20 Milligramm Eisen pro Tag zu sich nimmt, selbst wenn sie gar nicht stillt. Denn es geht dann nicht nur darum, dass sie genügend Eisen zuführen muss, um eisenreiche Muttermilch zu produzieren, sondern vor allem geht es hier darum, dass sie ihre entleerten Eisenspeicher wieder füllt, die während der Schwangerschaft meist reduziert wurden. Wenn man wissen möchte, ob man gut oder schlecht mit Eisen versorgt ist, dann wird man in den meisten Fällen den sogenannten Serumferritin-Wert messen. Der sollte mindestens 30 Mikrogramm pro Liter bzw. 30 Nanogramm pro Milliliter sein. Alles darunter wird als Mangel angesehen. Weitere relevante Marker zur Beurteilung der Eisenversorgung ist unter anderem das Transferin bzw. die Transferinsättigung, ebenso wie der lösliche Transferinrezeptor. Wenn man im Rahmen einer veganen Ernährung die eigene Eisenzufuhr optimieren möchte, dann ist einmal der erste Schritt quantitativ genügend Eisen zuzuführen, das heißt genügend eisenreiche Lebensmittel zu essen. Die hier eingeblendete Tabelle aus meinem Buch Vegan-Klisché-D zeigt, welche pflanzlichen Lebensmittel hier die besten Eisenlieferanten sind. Wie man sieht, gibt es eine ganze Reihe an sehr eisenreichen Samen wie Kürbiskerne, Sesam, Hanf und Leinsamen. Auch einige Nüsse wie Pistazien, Mandeln und Haselnüsse sind überaus eisenreich. Und unter allen Getreiden tun sich die Haferflocken als die eisenreichsten hervor. Obst ist allgemein nicht wahnsinnig eisenreich, aber wenn man eine Obstsorte nennen möchte, die zumindest im getrockneten Zustand verhältnismäßig viel Eisen hat, dann sind es die Aprikosen. Im Vergleich zu Getreide ist Pseudogetreide wie Hirse, Amaranth und Quinoa meistens sogar noch eisenreicher und auch die allermeisten Hülsenfrüchte enthalten große Mengen an Eisen, allen voran die Sojabohne. Auch dunkelgründe Blattgemüse sind dafür bekannt, dass sie eisenreich sind. Man kennt hier den Spinat, den Grünkohl, den Rucola und vielen weiteren. Aber auch Kräuter wie Basilikum und Petersilie sind verhältnismäßig eisenreich, auch wenn hier die Zufuhlmenge natürlich nicht wahnsinnig hoch ist in den meisten Fällen. In Bezug auf Spinat weiß man auch schon seit einiger Zeit, dass hier zwar die Menge an Eisen recht groß ist, dass allerdings die Eisenabsorption aus dem Spinat nicht wahnsinnig hoch ist. Man geht hier von ungefähr 8% aus. Das liegt aller Wahrscheinlichkeit aber weniger daran, dass antinutritive Nährstoffe wie Oxalsäure hier die Eisenaufnahme hemmen, sondern eher am hohen Gehalt an Calcium und Polyphenolen, die für sich genommen aber wünschenswerte Nährstoffe sind. Der zweite Schritt nach der Zugabe von mehr eisenreichen Lebensmitteln im Speiseplan ist die Optimierung der eigenen Eisenabsorption. Dazu haben wir auch ein separates Video gemacht, was nächste Woche dann erscheinen wird. Es heißt, so optimiert man die Eisenabsorption in der veganen Ernährung. Mehr Informationen zum Thema der veganen Ernährung kann man unter anderem auf mehr als 450 Seiten in meinem Buch Vegan Klischee HD lesen. Noch mehr auch in meiner vier-tägigen Ernährungsseminarreihe Mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden durch pflanzliche Ernährung in Berlin erfahren. Und natürlich kommt weiterhin wie jede Woche am Mittwoch um 16 Uhr ein neues Ernährungsvideo. Von daher sehr gerne diesen Kanal abonnieren und die Benachrichtung aktivieren, damit man zukünftig kein neues Video mehr verpasst. Das war es bereits auch von mir für dieses Video. Wenn es gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben geben sowie einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen und wünsche bis dahin alles Gute und beste Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.